Heute bauen wir einen richtig coolen Slider, der auch mit Drag & Drop funktioniert. Los geht's! Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube Video. Heute gibt es mal ein bisschen ein Classic. Und zwar werden wir einen Slider bauen. Das habe ich schon lange nicht mehr. Und ich hatte es vor kurzem, dass ich das in einem Projekt machen musste, dass man auch hierbei Drag & Drop unterstützt. Das heißt nicht Drag & Drop, sondern Pan, beziehungsweise halt das, wenn man so zieht, dass der Slider dann mit sich bewegt. Und wenn man einen bestimmten Punkt überschritten hat, dass sich dann der ganze Slide bewegt. Das Ganze ist deutlich leichter, als man denkt. Und das werden wir heute mal bauen mit JavaScript und ein bisschen CSS natürlich. Und ja, damit legen wir direkt los. Wenn ihr aber Fragen zu diesem Video habt oder Probleme oder euch einfach mit Gleichgesinnten austauschen wollt, ganz oben in der Videobeschreibung findet ihr den Link zu Discord. Dort könnt ihr der Community joinen, Hallo sagen, Fragen stellen, Fragen beantworten. Und euch mit, wie gesagt, Gleichgesinnten austauschen. Und ansonsten, ja, vernehmen wir keine Zeit. Viel Spaß und auf geht's! So, und los geht's mit unserem heutigen YouTube Video. Als erstes mal kurz, was wir eigentlich machen werden. Ihr seht hier schon einen Slider. Natürlich kann dieser Slider alles sein, was ihr möchtet. Also das ist in unserem Fall einfach nur eine Div-Box. Da könnt ihr Bilder reinpacken, Videos, irgendwelche anderen Div-Boxen, was ihr möchtet und wie ihr es möchtet. Bei mir steht hier nur eine einzelne Mitte. Hier unten sind noch drei Punkte. Über die kann ich einfach per Push navigieren. Also ihr könnt theoretisch auch hier Pfeile noch hinzufügen, wenn ihr wollt. Aber was eigentlich ziemlich cool ist, ich kann mit der Maus das so ein bisschen bewegen. Und ihr seht, dass dann der Slide, der davor ist, quasi ins Bild kommt. Und wenn ich loslasse, dann slide das so rüber. Also ich kann einfach hier mit der Maus quasi zwischen diesen Bildern, zwischen diesen Slides hin und her springen. Und das Ganze ist ziemlich cool und gar nicht so schwer. Wir nutzen dafür Hammer.js und damit, ja, legen wir jetzt direkt los. So, das erste, was wir mal kurz machen. Wir erklären mal, was eigentlich los ist. Wir haben hier drei Dateien, eine Index-HTML, eine Main-SAS und eine Main-JS-Datei. Das ist meine Standard- und Weglosumgebung, die ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Dort wird das erklärt, wie man hieraus zum Beispiel alles verlinkt und wie das alles stattfindet. In diesem Video haben wir hier eine Div-Box mit der Klasse Slider-Outer-Wrapper und eine zweite Div-Box mit Slider-Inner-Wrapper und drei Slides. Natürlich, wie gesagt, können das auch mehr sein als drei. Das ist komplett dynamisch. Also ich habe jetzt einfach nur drei genommen. Das kann aber auch zwei sein oder 500. Das macht überhaupt keinen Unterschied. Wobei es vielleicht bei 500 mit den Punkten ein kleines bisschen problematisch wird. Grundsätzlich seht ihr auch hier, da stehen einfach nur drei Zahlen drin. Da kann natürlich alles drinsteinen. Also da muss nicht nur drei Zahlen, da können auch Div-Boxen drinstehen, Videos, Bilder, wie auch gerade schon erwähnt. Das ist auch alles, was wir hier machen müssen. Alles andere findet nämlich in CSS und JavaScript statt. Also gucken wir uns jetzt mal CSS an. In CSS müssen wir jetzt als erstes mal unseren äußeren Div-Container steilen. Dazu sagen wir Slider-Outer-Wrapper und hier sagen wir einen ganz wichtigen Befehl, nämlich Overflow-Hidden. Das heißt, dass alles, was in unserem Inner-Wrapper ist, ja quasi einfach versteckt wird. Außerdem sage ich in meinem Fall, dieser Slider-Outer-Wrapper, also unser Slider, soll 100% Höhe und Weite abdecken. Und wir brauchen hier noch Position-Relative, weil wir diese Punkte definieren müssen. Und diese Punkte stehen später in einer Navigationsklasse. Diese existiert noch nicht. Also wir haben in unserem Div-Container hier noch keine Navigation, weil wir diese mit JavaScript generieren wollen. Man könnte theoretisch die Navigation auch mit HTML da reinschreiben, aber ich finde es praktischer mit JavaScript. Hier sagen wir jetzt, okay, unsere Navigation soll die zweite Ebene haben. Und das können wir nur nutzen, wenn wir unser Element mit Position bzw. Position-Absolute in unserem Fall positionieren. Und da wir hier Position-Relative vergeben haben, richtet sich unsere Navigations-Diff-Box, die wir später mit JavaScript erzeugen, an unserem Slider-Auto-Wrapper aus. An der Position 20 Pixel von unten und Left 50%. Der schon länger, also alle, die schon länger meinen Kanal gucken, wissen, Left 50% bedeutet, wir müssen Transform, Translate minus 50% nehmen, damit sich das exakt centermäßig positioniert. Dazu habe ich auch ein Video gemacht, wie man HTML-Elemente positioniert. Ansonsten brauchen wir jetzt in unserer Navigation einen Button, das heißt, unsere kleinen Pointer unten, also diese drei Elemente, diese drei kleinen Punkte, das werden später Buttons. Diese sollen wir natürlich anklicken können, deswegen Cursor, Pointer und Weiter und Höhe sagen wir 15 Pixel. Das könnt ihr natürlich machen, wie ihr wollt. Ihr könnt das auch viel größer machen, wenn ihr Lust dazu habt. Wir müssen jetzt aber noch unserem Button Standard Styling entgegensprechen. Das machen wir mit Border None, sodass der Button keinen Rand hat. Außerdem sagen wir standardmäßig soll die Hintergrundfarbe eines Buttons White sein. Da könnt ihr natürlich auch nutzen, was ihr wollt. Um das Ganze rund zu kriegen, weil aktuell wären es einfach zwei viereckige Buttons, sagen wir hier Border minus Radius 15 Pixel. Und damit wir das Ganze noch ein bisschen schöner machen, sagen wir auch noch einen Außenabstand nach links, in unserem Fall nach rechts von 20 Pixel. Da wir natürlich unserem letzten Button nicht auch noch einen Außenabstand nach rechts geben wollen, müssen wir hier sagen, mit einem Pseudo-Element und wenn der Button der letzte Button ist, dann setzt bitte keinen Außenabstand. Außerdem möchte ich keinen Fokus, das heißt, dass diese Außenlinie, also Outline, einfach aufeinander gesetzt wird. Und was wir jetzt noch machen, wenn der Button aktiv ist, beziehungsweise wenn der Button eine Klasse hat namens Bullet Active, dann setzen wir hier Background Color Prime. Und das bedeutet schlicht und ergreifend, dass wir einfach die Farbe Orange setzen in meinem Fall. Und damit haben wir unsere komplette Navigation gestaltet, aber wie ihr euch auffällt, sieht man hier in dieser Live-Umgebung immer nur unsere drei Zahlen. Das liegt wie gesagt daran, dass das für die Zukunft ist. Darauf kommen wir später in JavaScript zurück. Das speichern wir jetzt erstmal. Hier passiert jetzt durch das Speichern erstmal nichts. Wir gehen jetzt hier rein und kopieren uns mal die Klasse SliderInnerWrapper und kopieren das einfach hier oben rein. Zack, und das nächste, was wir machen, ist Height 100%. Außerdem sagen wir Display, damit im Prinzip unsere Box komplett zentriert ist. Und jetzt kommen einige interessantere Punkte. Das heißt, einmal müssen wir hier noch etwas setzen, und zwar eine Weite, in unserem Fall 300%. Diese Weite könnten wir theoretisch auch später einfach mit JavaScript setzen, was wir auch machen werden. Deswegen lösche ich das hier nochmal kurz raus und speichern das Ganze so erstmal ab. Was wir jetzt nämlich machen müssen, ist, einen Effekt zu hinterlegen, einen CSS-Effekt, den viele von euch schon kennen werden. Und zwar Transition All 400 Millisekunden. Das ist unsere Animation. Das heißt, wieso animieren wir den inneren Container und nicht unsere Slides, weil unsere Slides bewegen sich eigentlich. Weil das grundsätzlich nicht unser Plan ist. Wir gehen so vor, dass wir quasi diese drei Slides allesamt horizontal nebeneinander anordnen. Das heißt, wir werden später diese nicht einzeln animieren, sondern wir werden diese Klasse hier, diesen Div-Container, mit Transform nach links und rechts bewegen, innerhalb unseres Parent-Containers. Was heißt, diese drei Elemente verändern sich eigentlich nie. Also die werden nicht animiert. Das Einzige, was wir hier machen, wir setzen diesen Element in eine Active Class, aber sonst passiert hier nichts, weil das ist das Element, was wir immer animieren werden. Und deswegen müssen wir diesen Wrapper quasi dreimal so lang machen, wie alle Slides sind. Und deswegen ist auch ganz wichtig, dass wir noch etwas vergeben, weil wir das nicht permanent animieren dürfen. Und zwar als erstes müssen wir hier nämlich eine Klasse definieren, ist Animating. Und das bedeutet schlicht und ergreifend, dass wenn wir hier drin arbeiten später und mit unserer Maus nach links und rechts dracken, beziehungsweise dieses Pan-Event auslösen, dann wird das durch Hammer.js permanent animiert, weil jede kleine Mausbewegung quasi das Element auch verschiebt. Das Problem ist aber, wenn wir jetzt ein Delay reinmachen, was durch Transition passieren würde, würde das immer so ein bisschen stockern. Deswegen müssen wir das gezielt mit JavaScript setzen, da komme ich gleich später noch zu, sodass animiert wird, nur wenn wir losgelassen haben und nicht diese Pan-Animation gerade läuft. Als nächstes müssen wir unsere Slides animieren. So, als erstes machen wir hier die Klasse Slides und ich sage jetzt hier zwei Werte, die eigentlich nur für mich wichtig sind, nämlich Hammer Color Prime und Font Size 8 Pixel. Das heißt einfach nur, dass wir diese drei Zahlen größer machen. Außerdem wollen wir, dass diese drei Elemente genauso groß sind wie Slider in a Wrapper. Deswegen sage ich weite Höhe hier unten 100%. Wenn ich jetzt speichere, sind diese drei deutlich größer geworden. Außerdem müssen wir mit Flexbox noch einige Attribute setzen, damit die auch wirklich 100% annehmen. Wenn ich das Ganze jetzt so abspeichere, sollte man das theoretisch später so sehen, dass die genauso groß sind wie der Parent Container. Aber ihr wisst ja hier, ich habe noch keine Weite vergeben. Also hier steht nirgendwo eine Weite. Die kommt gleich mit JavaScript. Und das Einzige, was ich noch mache, das müsst ihr natürlich nicht machen, ist, ich füge noch einen NTH-Schalt mit Odd hinzu. Was heißt, immer wenn es ungerade ist, dann soll der Hintergrund sich so ein bisschen verändern. Was heißt, wenn ich das jetzt speichere, dann seht ihr, dass das erste und das letzte Element so einen dunklen Hintergrund, also so einen helleren Hintergrund haben und das in der Mitte dunkel ist, damit man das ein bisschen besser unterscheiden kann. Das hier ist komplett optional und könnt ihr theoretisch rausschmeißen. Auch was ihr oder wie ihr diese Slides anpasst, ist komplett egal. Also ihr könnt das hier rausschmeißen, also diese beiden Attribute rausschmeißen und ihr könnt das hier rausschmeißen und eventuell auch einfach vorgehen und hier Hintergrundbilder in den Slide reinlegen, falls ihr Bilder haben wollt, die 100% des Slides abdecken sollen. Das Ganze können wir jetzt so abspeichern. Mehr müssen wir nämlich in CSS nicht machen. Und jetzt gehen wir hier in JavaScript. So, los geht es mit dem eigentlichen spannenden Teil dieses Tutorials. Als erstes müssen wir Hammer.js installieren. Und das machen wir über npm, i und dann Hammer.js. Und im Anschluss kopieren wir uns das einfach nur so hier rein. Das heißt, wir sagen Import Hammer.js und damit können wir das in unserer Komponente nutzen. Das nächste, was wir machen, ist, wir machen unsere drei HTML-Klassen, die wir haben, also einmal hier unsere Slider-Auto-Wrapper, Slider-Inner-Wrapper und unsere Slides nutzbar. Das machen wir jetzt hier. Und zwar haben wir eine Variable, die heißt Slider-Container. Das ist unser Slider-Auto-Wrapper. Dann haben wir unseren Slider. Das ist Slider-Inner-Wrapper. Und wir haben unsere drei Slides. Das ist also ein Array von drei Elementen mit jeweils der Klasse Slide. Das ist soweit ganz gut. Und das, was ich gerade schon erzählt habe, machen wir jetzt als erstes. Und zwar sagen wir unser Slider, also unsere Klasse hier. Die braucht jetzt hier eine Weite. Deswegen sagen wir Style, Width und hier ein Template-String. Und hier drin machen wir einfach nur Slides.length und dann mal 100. Und wir hängen hier am Ende noch ein Prozentzeichen dran. In dem Moment, wenn wir das tun und abspeichern, wird quasi beim Load hier die Weite gesetzt. Was heißt, unser Container ist jetzt exakt so lang, wie unsere maximale Anzahl von Slides mal 100. Und so funktioniert das Ganze auch schon wunderbar. Das nächste, was wir brauchen, nämlich noch ein paar Variablen. Die kopiere ich jetzt erstmal einfach hier ganz plain rein. Einmal sage ich ein Hammer-Objekt. Dazu, wie gesagt, habe ich schon ein Video gemacht, wie das zusammenhängt. Unsere Slider-Size ist einfach unsere Größe, die ein Slide besitzt. In unserem Fall 100%. Unsere Sensitivity ist ein Wert, ein erdachter Pseudo-Wert, der uns einfach nur sagt, wie weit ich in eine Richtung ziehen muss, bis quasi das Event triggert und der nächste Slide aufgeht. Der Timer ist dafür da, der ist später nur ein Set-Interval, um diese Klasse, die wir hier gerade eben definiert haben, wo ist sie? Da, hier. Ist Animating hinzuzufügen bzw. wieder zu removen. Das ist ein Status, ob gerade unser Pan genutzt wird oder nicht. Und hier haben wir unser aktives Element. Und aktuell haben wir noch kein aktives Element. Hier ist kein, keins dieser Elemente hat die Klasse aktiv, obwohl wir das brauchen bzw. ja definieren müssen. Und damit fangen wir als erstes an. Das heißt, wir machen uns erstmal hier unsere Bullets und dass wir über die Bullets unseren Slider steuern können. Und erst dann kümmern wir uns um Hammer.js und diesen Befehl, dass wir das hier links und rechts bewegen können. Als erstes, wie schon gesagt, wollen wir unsere Bullets generieren. Und hierzu erzeuge ich mir eine Funktion, die heißt GenerateBullets. Und diese braucht einige Elemente. Und zwar sagen wir als erstes, generieren wir uns eine Navigation. Und diese Navigation ist einfach ein Div-Container. Dieser Navigation bzw. diesen Div-Container fügen wir jetzt noch die Klasse Navigation hinzu, die wir hier oben ja in unserem CSS definiert haben. Und hier drin haben wir jetzt Buttons. Das heißt, für jedes Element, das wir an diese Funktion übergeben, erzeugen wir uns jetzt ein Bullet. Und zwar sagen wir Elements for each als Bullet und ein Index. Und das Ganze können wir jetzt auch so ordentlich machen. Und jetzt machen wir uns hier drin nämlich einfach wieder eine neue Bullet. Und diese neue Bullet ist jeweils einfach wieder ein Document und dann CreateElementButton. Und hier drin haben wir jetzt oder fügen jedem dieser Buttons die Klasse Bullet hinzu und fügen auch hier, das ist nämlich das eigentlich Entscheidende, unser Dataset ActiveIndex hinzu. Das heißt, jeder dieser Buttons bekommt ein Dataset-Element und jeweils mit dem Index des jeweiligen aus dem Array Elements. Und dieser Elements-Array wird später einfach unser Slides-Array sein von den Elementen des Slides. Und so können wir später eine Funktion triggern, wenn wir auf einen Button drücken. Und natürlich müssen wir auch irgendwie dafür sorgen, zu entscheiden, welcher Button gerade gehighlighted ist. Das machen wir über if Index gleich ActiveIndex. Was heißt, wenn unser ActiveIndex gleich dem Index ist, der gerade in unserem Button generiert wird, dann füge doch einfach unserem Button, also unserem NewButton, die Klasse BulletActive hinzu. Als nächstes sagen wir einfach, okay, diese ganzen Bullets, die wir erstellt haben, bzw. diese neuen Bullet, fügen wir unserem Navigationsobjekt hinzu, das wir hier oben schon als DiffContainer erstellt haben. Und wir haben hier ein Target. Und an diesem Target hängen wir jetzt einfach mit AppendChild, wir kopieren uns das hier einfach mal ein bisschen zusammen, unsere gesamte Navigation einfach dran. So generieren wir die quasi jetzt einfach in unser Target, wo auch immer das sein mag. Das nächste, was wir brauchen, ist, wir definieren uns einmal kurz DocumentQuerySelectorAllBullets. Was heißt, alle Bullets, die wir gerade erstellt haben, summieren wir gerade mal kurz auf und gehen hier einfach mit ForEach durch und sagen hier AddEventListener, BulletClick. Was heißt, in dem Moment legen wir da einen EventListener drauf und brauchen jetzt eine neue Funktion. Und diese neue Funktion ist einfach BulletClick. Die erwartet von uns ein Event, wo wir gerade draufgeklickt haben. Und zwar als erstes müssen wir hier unser ActiveIndex neu setzen. Und dazu sagen wir einfach, in unserem Event haben wir ja ein Target. Und in unserem Target haben wir ja ein Dataset. Und dieses Dataset hat den Namen Active. Und das setzen wir einfach als neues aktiven Index. Also das ist gerade der neue aktive Slide. Und das nächste, was wir brauchen, wir brauchen eine Funktion, die heißt GoToSlide. Und die erwartet ein ActiveIndex. Den müssen wir jetzt natürlich definieren. Was heißt, so können wir das ja natürlich nicht lassen. Und deswegen definieren wir uns jetzt eine neue Funktion. Und diese Funktion heißt GoToSlide. Und die soll uns einfach nur dahin animieren, wo auch immer das sein mag. Als erstes müssen wir hier aber einen kleinen Fallback bauen. Und zwar sagen wir, wenn der Index kleiner ist als 0, also ein negativer Index, dann setz ihn einfach bitte direkt auf 0. Das heißt, falls jemand mal irgendwie einen negativen Index durch irgendeinen Fehler erzeugt, dann sag einfach Index 0, weil kleiner als 0 kann der nicht werden. Das nächste, was wir haben, es kann ja auch sein, dass der Index einfach größer ist als unsere maximale Anzahl von Indexen. Das heißt, wenn nicht unser Index, wenn der größer ist, als in unserem Fall einfach Slides.längs, also unsere maximale Anzahl an Länge minus 1, dann soll er das doch bitte einfach direkt auf die größtmögliche Zahl, also in unserem Fall auf 2 setzen. Und wenn beides nicht der Fall ist, also alles quasi korrekt ist und er irgendwo einen korrekten Slide auswählen kann, dann soll er doch bitte den Active Index auf diesen Active Index belassen, beziehungsweise ihn einfach nochmal sicherheitshalber setzen. Das nächste, was wir machen, wir müssen jetzt unseren Slide, beziehungsweise unseren Slide hier links und rechts animieren. Und dazu sagen wir jetzt als erstes, geben wir jetzt unserem Slider, also unserem Parent Element, die Klasse ist Animating, die wir hier gesetzt haben, wo ist es? Da, die wir da gesetzt haben, wo wir ja diese Transition 400 Millisekunden anhängen. Wenn wir das Ganze jetzt speichern, wird jetzt erstmal nicht sonderlich viel passieren, außer, dass das hier schon mal alles erzeugt wird. Allerdings sehen wir unsere Buttons noch nicht. Und das müssen wir jetzt als erstes mal kurz machen. Und zwar rufen wir hier unten eine Funktion auf, nämlich Generate Bullets, Sliders und dann Slider Container. Das sind ja unsere Elemente, die wir hier oben definiert haben. Und das rufen wir unten kurz auf. Und wenn wir das machen, müssten wir jetzt hier unten unsere drei Bullets sehen. Zumindest hoffe ich das, wenn alles funktioniert hat. Ja, man sieht sie, außer, dass sie nicht im Screen sind. Das ist natürlich ein bisschen blöd von mir. Und in dem Moment ist auch der erste gehighlighted. Und wenn ich hier draufklicke, passiert eigentlich noch nicht wirklich viel. Wenn ich das mal angucke, kriegen wir auch keinen Fehler ausgeschmissen, aber es animiert sich noch nichts. Das heißt, unsere Klasse funktioniert, aber sie wird noch nicht animiert. Und um das zu tun, müssen wir jetzt noch eine weitere Funktion hinzufügen. Und zwar hier Animate Slidebar mit einem Percentage. Und diesen Percentage müssen wir jetzt definieren. In unserem Fall sage ich jetzt hier einfach, Percentage ist Minus und hier Slider Size durch Slides.Length. Was heißt, in unserem Fall wäre das jetzt minus 33,33. Hier müssen wir aber noch etwas machen. Und zwar müssen wir, nachdem wir das damit mal genommen haben, mal die maximale Anzahl, beziehungsweise mal unseren aktuell aktiven Index rechnen, sodass wir hier die Einheit für einen Slide haben. Allerdings hier multiplizieren mit der Version, wohin wir auch immer gerade animieren wollen. Und in unserem Fall ist das halt das aktive Index Element. So, wenn ich jetzt hier irgendwo draufklicke, sehen wir, dass hier auch unsere Animate Slidebar noch nicht definiert ist. Das müssen wir jetzt erstmal machen. Und zwar erwartet ja unsere Animate Slider einfach einen Percentage Wert. Und wenn ich den hier einfach mal ausgeben lasse mit Console.log, können wir hier unten einfach mal machen. Und ich klicke jetzt hier drauf. Oh, komm, lade neu. So, und ich klicke hier drauf. Dann sehen wir hier minus 33,33. Hier sehen wir minus 66,66. Und das ist nämlich wichtig, weil wir das immer hier rüberziehen wollen. Und je nachdem, wo wir hier klicken, funktioniert das Ganze wunderbar. Das nächste, was wir brauchen, ist, wir schreiben uns hier unten jetzt einfach rein, slider.style.transform. Und sagen hier translateX, Percentage und dann Prozent. Wenn ich das Ganze jetzt abspeichere und wir das Ganze hier jetzt draufklicken, dann seht ihr, diese Animation funktioniert eigentlich schon ganz gut. Und ich kann hier auch wunderbar mitarbeiten. Also das tut genau das, was es eigentlich auch soll. In unserem Fall können wir jetzt weitermachen, indem wir das hier einfach mal kurz rauslöschen. Speichern wir soweit ab. Und jetzt können wir nämlich hingehen und erstmal unseren ersten Slide als aktives Element setzen, was ich gerade eben noch nicht getan habe. Dazu müssen wir unten nochmal kurz eine neue Funktion definieren, nämlich setActiveElement. Hier erwarten wir wieder einen Index. Und dieses setActiveElement, wie gesagt, setzt uns einfach nur mit QuerySelector, sucht es ein Element, ob gerade schon ein aktives Element existiert. Sofern das existiert, bitte einmal ActiveKlasse wieder entfernen. Und dann auf das Element aus Slides mit dem Index, das wir in diese Funktion übergeben, einmal die ActiveKlasse hinzufügen. Und das machen wir jetzt hier unten. In unserem Fall sagen wir hier einfach ActiveIndex. Zack, weil unser erster Index ist ja quasi 0. Und den müssen wir natürlich auch hinzufügen. Und in dem Moment, wenn ich das getan habe und ich abspeichere, dann sehen wir jetzt hier, wenn ich hier drauf klicke, dass sich unser Element hier das Active wunderbar verteilt. Oder auch nicht. Warum tut es das nicht? Weil unserem Klick natürlich das setActiveClass noch nicht durchgeführt wird. Und zwar müssen wir das auch hier ausführen, was heißt GoToSlide. Und hier sagen wir SetActive. Und wenn ich das jetzt hier drauf klicke, sehen wir, dass unser ActiveSlide wunderbar gesetzt wird. Und so kann man zum Beispiel dann über diese ActiveKlasse innerhalb unseres Containers irgendwelche coolen Sachen animieren und so. Und dafür ist das eigentlich ganz praktisch. Das nächste, was wir wie gesagt brauchen, nachdem wir hier bei GoTo unseren ActiveSlide und vor allem auch unsere Animation schon eingefügt haben, müssen wir jetzt dafür sorgen, dass auch unsere Bullets sich korrekt anpassen. Und das fehlt uns jetzt noch ein bisschen. Und dafür brauchen wir eine neue Funktion. Und die definiere ich hier oben kurz. Und zwar sagen wir SetActiveBullet. Und hier drin müssen wir jetzt einmal eine Liste unserer gesamten Bullets definieren. Was heißt nicht unserer gesamten, sondern des aktuell Aktiven. Und hier sagen wir als erstes, okay, bitte entferne doch eben von diesem Element BulletActive, also die Klasse, dass der Button orange ist. Dann suche uns doch bitte mal kurz alle Elemente mit der Klasse Bullet. Und wenn du das getan hast, dann gehen wir jetzt bitte einfach durch jedes Element einmal kurz durch. Zack. Und hier machen wir jetzt einfach, sofern in dem Dataset das ActiveAttribut gleich dem aktuellen Index als String ist, das müssen wir machen, weil aus DataAttributen kommen nur Strings, dann setze doch bitte diese Bullet einmal kurz wieder Active. Wenn wir das Ganze jetzt abspeichern, passiert jetzt natürlich erstmal absolut gar nichts, weil wir das nirgendwo aufrufen. Und das müssen wir nämlich einfach hier unten machen, in unserem Slider. Hier haben wir einmal SetActiveBullet und hier haben wir auch ActiveSlide. Das Ganze speichere ich jetzt einmal ab. Und wenn wir das jetzt animieren, sehen wir, okay, unser Button wird wunderbar animiert und das wird alles wunderbar getriggert. Was uns jetzt noch fehlt, ist das komplett mit diesem Drag & Drop. Da funktioniert noch absolut gar nichts von und das müssen wir jetzt machen, dass wir jetzt Hammer.js nutzen. Dafür gehen wir ganz nach oben. Und hier füge ich jetzt einmal einfach ein Hammer.on und hier sage ich Pen. Dabei übermitteln wir ein Event. Und in diesem kompletten Funktionen-Event-Element quasi definiere ich jetzt einfach mal Console.log und logge unser Event. Und hier will ich nur DeltaX. Der Rest ist uns erstmal relativ egal. Und wenn ich das jetzt hier einmal anzeigen lasse und ich jetzt bewege, seht ihr, dass wenn ich nach links gehe, wird es negativ. Und wenn ich nach rechts gehe, wird es positiv. Das ist schon mal ein wichtiges Learning. Und was wir jetzt machen, ist nämlich das, was ich vorhin erklärt habe mit dieser ist.animate-Funktion hier. Als erstes setzen wir hier nämlich PenIsRunning. Und das nächste, was wir machen, wir sorgen dafür, dass diese SmoothTransition funktioniert. Und dafür müssen wir in unsere GoToSlide-Funktion rein. Und hier fügen wir jetzt eine weitere GoToSlide. Wo ist es? GoToSlide. Hier fügen wir uns nämlich eine weitere Funktion ein, nämlich AddSmoothTransition. Und diese Funktion, AddSmoothTransition, füge ich jetzt hier unten einfach mal kurz hin. Zack. Und sage, in dem Moment, wenn das getan wird, soll als erstes mal kurz der Timer gecleared werden. Und das nächste, was wir machen, wir setzen einen neuen Timer als SetTimeout. Und so können wir nämlich dafür sorgen, wenn wir jetzt hier 0,400 machen, dass wir eine Klasse nach 400 Millisekunden entfernen. Und es ist ganz wichtig, dass diese Zahl identisch ist mit eurer Animation in CSS. Und zwar sagen wir jetzt nämlich hier einfach, such uns bitte unseren Slider und hier die Classlist und entferne nach 400 Millisekunden einfach It's Animating. Und außerdem sage nach 400 Millisekunden PenIsRunning zu False. Das ist nämlich ganz wichtig, weil davon machen wir jetzt nämlich abhängig, ob und wie wir unsere Sache da oben animieren. Und wenn ich jetzt mal hier hoch scrolle, setzen wir hier ja unsere Slider Classlist Punkt Is Animating. Und die entfernen wir jetzt auch wieder. Das Ganze speichere ich jetzt einfach mal ab. Und in dem Moment sollten wir jetzt hier unseren Auto Wrapper und hier unseren Inner Wrapper sehen. Und wenn ich jetzt hier drauf drücke, dann haben wir jetzt unsere Animation. Und ihr habt hier gesehen, Slider in a Wrapper, da wird das kurz hinzugefügt und dann, wenn das abgeschlossen ist, die Animation wieder entfernt. Und so können wir jetzt nämlich unseren Pen Event hier richtig gut nutzen, ohne dass wir so einen komischen Delay da drin haben. Deswegen muss man leider bei Pen immer mit dieser Methode arbeiten. Mir persönlich ist nämlich noch keine andere bekannt, wo das wirklich funktioniert. Und dieses PenIsRunning, diese Variable, ist halt sehr hilfreich, wenn man zum Beispiel noch so Pfeile hinzufügen möchte, dass man dann sagen kann, hey, die Pfeile sind disabled, wenn gerade nur eine Animation läuft, weil man sonst auch in komische Fehler laufen könnte. Aber theoretisch könnt ihr für dieses Tutorial diese Variable auch einfach weglassen. Aber sie ist sehr praktisch, falls ihr das noch erweitern wollt. Aber zurück zu unserem eigentlichen Pen Event. Und zwar haben wir hier, wie gesagt, immer noch unsere Position. Das ist nämlich einfach das Delta auf der x-Achse, die wir zurücklegen bei unserem Event. Und was wir jetzt als erstes machen wollen, zu entscheiden, ob wir zum nächsten oder zum vorigen wollen. Aber davor wollen wir jetzt erstmal, dass überhaupt hier was animiert wird. Und dazu sagen wir jetzt in unserem Animate Slider, den wir hier unten schon haben, hier Animate Slider und dann sagen wir hier einen Percentage Wert, den wir hier aufrufen. Und das Ganze wollen wir hier oben auch machen. Das heißt, während unseres Pans wollen wir hier auch einen Percentage Wert aufrufen. Und dieser Wert heißt in unserem Fall einfach PanDistanceCalculated. Und den müssen wir natürlich erstmal definieren. Das heißt, ohne dass wir das hier hinterlegen können, bringt uns das alles nicht viel. Allerdings können wir hiermit noch nicht so richtig weitermachen, weil wir brauchen erstmal noch einen anderen Wert. Und der andere Wert heißt einfach PanDistance. Und dieser PanDistance-Wert ist schlicht und ergreifend einmal Klammer auf, Klammer zu. Hier sagen wir Slider Size durch Slider Length. Das heißt, hier bekommen wir 33,333 raus aktuell. Und dann nehmen wir das Ganze und haben hier unser Event. Und unser Event, das wir hier definiert haben, davon wollen wir nur unser Delta x. Und unser Delta x müssen wir jetzt einfach nochmal teilen, beziehungsweise das alles teilen wir nochmal durch unsere Slider ClientWiz. Damit das alles in Abhängigkeit von der maximalen Anzahl besteht, weil unsere PanDistance, wenn ich das uns hier mal kurz ausgeben lasse, und das kommentiere ich auch mal kurz aus, console.log, ist keine Prozentzahl oder so etwas in der Richtung, sondern ich bewege das hier und wir sehen jetzt dieses minus 3.0. Und wenn ich in die andere Richtung gehe, wird das Ganze positiv. Und das vergleichen wir mit unserer Sensitivity. Das heißt, damit können wir später entscheiden, ob wir links oder rechts uns bewegen oder ob wir da irgendwas anpassen und vergleichen müssen oder so. Aber für unseren Fall müssen wir jetzt unsere PanDistance nehmen und hiermit weitermachen, weil hiermit müssen wir jetzt wirklich einen Prozentwert berechnen. Und zwar sagen wir, okay, das war falsch, und zwar sagen wir Klammer auf, Klammer zu. Hier drin sagen wir PanDistance minus Slider Size. Und wenn ich das Ganze jetzt mal nehme und hier sage console.log und gebe das mal aus und PanDistance brauchen wir nicht mehr, das lösche ich jetzt mal raus und gucken uns das mal an, wie das hier jetzt aussieht und ich bewege das, dann sehen wir jetzt hier, okay, wir haben schon mal einen Prozentwert, in dem wir uns irgendwie bewegen, aber das funktioniert noch nicht so richtig. Das ist noch nicht in Abhängigkeit, so wie wir es wirklich brauchen. Und dazu müssen wir das Ganze jetzt noch einmal kurz teilen. und zwar durch die, wo sind wir, wir sind hier, und zwar teilen wir das Ganze einmal durch die Slides.length und vor allem nehmen wir das Ganze nochmal mal unseren aktiven Index, den wir gerade haben. Das Ganze speichern wir jetzt nämlich ab und in dem Moment, wenn ich das hier jetzt dragge, dann ist das 0 in beide Richtungen, das ist eigentlich falsch. Und hier ist Adolf was richtig und wenn ich beim zweiten bin in beide Richtungen, sehen wir, dass das die 33,33 nimmt. wo wir jetzt gerade hierhin animiert sind, wenn wir uns das Ganze hier mal ansehen, gehen wir hier mal rein, shop, und sehen jetzt hier unsere Translate-Trans, also Translate-X, ist gerade bei minus 33.333. Und wenn ich jetzt auf das Letzte gehe und das hier bewege, sind wir bei 66.66 als Ausgangspunkt, wie wir hier auch sehen, 66.6667. und deswegen müssen wir das hier mit dieser Rechnung quasi unsere Calculated-Zahl manipulieren, sodass wir immer von dem Ausgangspunkt uns animieren, wenn wir pannen, wo wir gerade sowieso schon hingesoomt sind und nicht immer von dem quasi ersten Punkt, quasi dem Nullwert. Dann würden wir nämlich immer in dem Moment zurückscrollen zum ersten Slide, sobald wir beginnen, ein Pan-Event auszuführen. Und das Ganze müssen wir jetzt einfach nur noch an unsere Pan-Animate-Slider geben, weil hier animieren wir ja immer nur einen Wert und da wir immer hier noch einen normalen Prozentwert generieren, können wir jetzt, wenn wir das Ganze abspeichern, hier drin jetzt wunderbar unser Feld eigentlich animieren. Warum tut es das nicht? Doch, tut es wunderbar. Das heißt, ihr seht, es geht in die eine Richtung, es geht in die andere Richtung, aber es bleibt hier stehen. Also es verändert sich nicht. Es übertritt diesen Threshold quasi nicht, den wir über Sensitivity definiert, aber noch nirgendwo eingebaut haben. Und das müssen wir jetzt natürlich noch machen. Und zwar unser Event, also das, was wir hier haben, unser Pan-Event, hat einen Moment, der heißt, ist Final. Was heißt in dem Moment, wenn der Nutzer es losgelassen hat, wird dieser Wert zu True und alles, was in dieser Abfrage passiert, wird durchgeführt. Und zwar haben wir drei mögliche Szenarien, die wir hier mal kurz abbilden müssen. Und zwar haben wir einmal if, hier haben wir ein else if und hier unten haben wir noch einen else. Und zwar ganz unten haben wir einfach die Möglichkeit, wenn nichts passiert. Also wir haben weder den Threshold nach links noch nach rechts überschritten. Dann soll einfach der aktive Index gerade bleiben, wo wir gerade sind. Also er soll einfach zum aktuell aktiven Index gehen. Was heißt, es verändert sich eigentlich nichts. Dieses Bild würde quasi wieder zurückrutschen. Und hier oben, quasi in der Mitte, da sagen wir, okay, nimm den aktiven Index und zieh einen ab. Was heißt, geh einen zurück. Und beim anderen gehen wir natürlich genau in die andere Richtung. Was heißt, gehe bitte einen vor. Gehe zum nächsten, wenn wir das so weit rübergezogen haben, dass wir zum nächsten gehen können. Und wie können wir das jetzt berechnen? Dafür nehmen wir unsere Pan-Distance. Sagen hier Pan-Distance ist kleiner gleich. Und hier einfach nur Sensitivity durch unsere Anzahl der möglichen Slides. Weil das müssen wir wieder ins Verhältnis setzen. Und das Ganze müssen wir auch noch ins Negative machen. Weil das nächste Element gehen wir ja quasi immer ins Negative. Hier unten machen wir genau dasselbe mit Pan-Distance. Pan-Distance und hier sagen wir aber größer gleich und einen positiven Wert. Das Ganze speichern wir jetzt ab. Und in dem Moment, wenn das Ganze hier aktualisiert ist und ich das jetzt so ein Stück rüberziehe, dann seht ihr, hat das Ganze wunderbar funktioniert. Aber im Moment ziehen wir quasi das Ganze rüber. So, allerdings funktioniert doch, funktioniert wunderbar. Sehr gut. So, das Ganze ist quasi jetzt fast abgeschlossen. Das Einzige, was uns jetzt noch fehlt, wir müssen noch ein bisschen was anpassen. Und zwar bei unserem Animate Slider. Weil wenn ich hier bei 1 bin und hier rüberziehe, sehen wir, dass das noch irgendwie nicht so richtig funktioniert. Und zwar haben wir hier teilweise Classlist of Null. Und da müssen wir noch ein bisschen was gegen tun. Und zwar hat ja unsere, wo ist unsere Animate Slider? Da. Animieren wir hier gerade einfach nur den Percentage-Wert. Aber dieser Percentage-Wert kann theoretisch ins Negative gehen, wenn wir das nicht richtig berechnen für den ersten Wert. Also hier ist es einfach nicht wirklich gut. Aber irgendwas stimmt hier noch nicht. Wo hat er hier ein Problem? 65. Das sollte eigentlich kein Problem sein. Wenn ich hier drauf drücke und dieser Wert, natürlich, wenn es noch keinen aktiven gibt quasi, dann soll er den natürlich nicht entfernen, sondern nur, wenn es auch einen gibt, soll er den entfernen. Das ist natürlich selten dämlich von mir gewesen. Aktualisieren wir mal kurz. Ja, jetzt funktioniert das auch wunderbar. Und jetzt wird er nämlich entfernt. Und jetzt wird er wieder hinzugesetzt, falls es nicht der Fall sein sollte. So. Aber jetzt zurück zu dem eigentlichen Thema, nachdem ich jetzt ein kleines bisschen Miss gebaut habe. Und zwar müssen wir hier eine neue Distanz berechnen. Und diese Distanz ist nochmal ähnlich zu der, die wir gerade eben berechnet haben. Und zwar sagen wir wieder, oder müssen wir wieder auf die 33,33 kommen. Dazu wieder Slider Size durch Slider Width. Und wir ziehen eine Länge quasi davon ab. Wir sagen also einfach, eine Länge bitte kurz entfernen, sodass dieses Distanz ein bisschen kleiner wird. Und wir sagen jetzt, wenn Percentage größer wird als 0, also quasi rübergezogen wird, dann bleibt doch einfach bitte direkt bei 0, weil wir können nicht ins Positive gehen mit Percentage. Das funktioniert nicht, weil wir unseren Slider immer nach links ziehen müssen. Und das halt einfach da nicht aufgeht, weil da ist ja nichts, was kommen könnte nach 1. Also wir haben keinen Slide 0 sozusagen. Das nächste, was wir brauchen, ist, wir müssen das Ganze auch noch in die andere Richtung vergleichen. Das heißt, wenn unser Animate Slider zu groß wird, also wenn ich hier bei 3 bin, dann möchte ich nicht, dass ich hier noch weiter nach links ziehen kann. Also dann soll diese Animation gar nicht erst ausgeführt werden. Und wir sagen hier, dann mach doch bitte einfach Percentage Distance gleich Minus Distance und fertig. Sodass wenn ich jetzt bei 3 bin und jetzt hier, seht ihr, es passiert nichts, wenn ich in die falsche Richtung ziehe. Aber wenn ich nach rechts ziehe, dann funktioniert es wunderbar. Und dasselbe funktioniert jetzt hier auch. Eigentlich sollte das jetzt auch bei 1 funktionieren. Warum tut es bei 1 noch nicht? Hm, irgendwas muss hier mit dieser Calculated Distance. Ah, bin ich blöd. Ja. Hier bin ich einfach in der Zeile verrutscht. Das darf natürlich nicht der Fall sein. Wenn ich das jetzt ziehe, ja, jetzt funktioniert es wunderbar. Was heißt, ich kann hier wunderbar nach rechts ziehen. Aber in dem Moment, wenn ich nach links ziehe, von 1 funktioniert es nicht. Und ich kann jetzt hier mit navigieren. Und bei 3 kann ich auch nicht in die eine Richtung ziehen, sondern nur in die andere. Und ihr seht jetzt, das Ganze funktioniert wunderbar. Und ich kann ganz rüber ziehen. Und der slidet dann ganz rüber. Und ich kann so ein bisschen sliden. Und er geht dann wieder quasi auch ganz rüber. Und das könnt ihr hiermit verändern. Was heißt, wenn ich jetzt hier 25 einstelle und das Ganze neu lädt, dann muss ich jetzt viel weiter ziehen, bis das passiert. Was heißt, wenn ich jetzt nur so weit ziehe, dann rutscht das einfach wieder zurück. Und man kann natürlich das auch noch richtig hochdrehen. Keine Ahnung, auf zum Beispiel 50 oder so. Und in dem Moment, wenn man das gemacht hat, muss ich jetzt richtig weit ziehen. Also ihr seht ja hier, wenn ich nicht mal die Hälfte erreicht habe, dann geht der hier noch nicht wirklich rüber. Wenn ich jetzt aber hier hingezogen habe, also über die Hälfte, dann geht er da wunderbar auf die andere Seite. So kann man das halt so anpassen, wie man das selbst gerne hätte oder wie man es selbst für richtig hält. Persönlich finde ich 50 zu weit. Ich nutze eigentlich hier gerne so 15, dass man so kurz so ein bisschen in eine Richtung sliden kann und dann rutscht es eigentlich rüber zur richtigen Position. Aber das ist Geschmackssache und ihr könnt hier in meinem Video Kommentare schreiben, was ihr so mit dem Slider vorhabt. So, das war es für diese Woche. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst einen Daumen hoch und einen Kommentar unter dem Video. Ansonsten, wenn ihr Fragen, Probleme, Kritik oder sowas habt, findet ihr ganz oben jede Menge Social Netzwerk, wo ihr einfach mal Hallo sagen könnt oder auch jede Menge Partnerseiten, also Affiliate-Seiten, wo ihr diesen Channel mit einem Kauf auf MSN supporten könnt. Ansonsten ja, sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, viel Spaß und ciao. Bis dahin, viel Spaß und ciao.